Wir machen nochmal zum letzten Mal das 93er TOTS oder Shapeshifter Spielerwahlpack, meine Freunde hier von der SPC. Letztes Mal war der nicht ganz so gut gewesen, deswegen haben wir gesagt, wir machen das noch einmal, ziehen wir uns das mal rein. Es läuft noch genau vier Stunden, hol dir eins von vier TOTS oder TOTS Moments Shapeshifter oder Premium Shapeshifter aus Team 1, 2 oder 3. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach ein 90er Team abgeben, ganz normales, ohne irgendwelche Anforderungen. Und dann noch ein 88er mit einem Team of the Week oder einem Team of the Season Spieler, meine Freunde. Gehen wir das mal ab und schauen uns mal das geile Pack an. Ob diesmal besser wird, ich wisst es nicht, ich wisst es nicht. Letztes Mal kann ich mich ja nicht mehr so richtig dran erinnern, was wir da richtig drin hatten, ob da was richtig cool dabei war. Ist schon ein bisschen her, ihr könnt ja auch nachgucken und euch das jetzt sagen, aber da gibt es ja keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Leute, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, gerne gleich ein Abo und ein Like da lassen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben immer noch zwei Accounts, einmal RTG, wo wir ohne FIFA Points spielen und einmal den Main Account, wo wir mit FIFA Points spielen. Und genauso wird das auch bei EA Sports FC 24 sein. Nur mal so als kleiner Hinweis für euch nochmal. Ich hoffe, da kommt jetzt wirklich was geiles Ball raus. Erster Spieler kommt. Wen haben wir denn da? Den Newton Saka. Das sehe ich doch schon von mir. Den guten Saka 93. Habe ich im Fallen. Ist okay. Ist okay. Der Zweite, meine Freunde. Der Zweite kracht schon. Der Zweite kracht schon. So kann das natürlich auch hin. Erstmal schön 2,4 Millionen, meine Freunde. Hat sich ja jetzt schon gelohnt, die ganze Scheiße hier zu machen. Wir gehen mal weiter auf den Dritten. Geht das denn eigentlich noch besser? Na, komm mal. Lenz ja. Auch nochmal sehr nice. Auch nochmal sehr nice. Er ist jetzt nicht mehr ganz so viel wert. Leider nur noch 80.000. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie noch Vinicius schlagen können, meine Freunde. Schauen wir uns mal die letzten an. Haben wir auch nicht in Besitz. Lorienter. Markus Lorienter. Alles klar, meine Freunde. Ich würde sagen, damit sollte das ja auch eigentlich... Ich würde sagen, alles richtig gemacht, meine Freunde. Alles richtig gemacht. Es läuft noch genau 4 Stunden. Ich weiß nicht, wie schnell ihr das Video seht. Aber für mich ist die Entscheidung natürlich sofort gefallen. Jetzt muss natürlich mein Mosala wahrscheinlich weichen. Ist dann halt so. Leute, auf jeden Fall, wenn ihr das nochmal gemacht habt, das 93.000 Tots ShapeShifter Pack, dann schreibt mir doch unbedingt mal in die Kommentare rein, ob ihr auch so einen geilen Kracher gezogen habt. Nicht gerade. Nicht gerade.